David Icke, wie funktioniert Politik? Es handelt sich darum, wie es nur einigen wenigen Menschen gelingt, die Richtung der Weltentwicklung zu manipulieren und auch darüber, wie sie es anstellen. Wir gehen rein, miesisch, wo wir Leibfreunde Aluhüte auspacken. Nun, dabei handelt es sich um eine Verschwörung. Ich hab's euch gesagt. Wir haben das Zentrum dieses Netzes in Europa an Plätzen wie der City of London, Deutschland, Frankreich, Belgien. Auf diese Weise liefern die Leute Beiträge zu diesen einzelnen finsteren Pyramiden, die die Menschheit versklaven wollen. Und dass die Politik in der heutigen Form niemals die Antwort sein wird. Facts, Bro. Jetzt gerade spittet der nochmal hier am Ende. Wir müssen es tun. Wir, das Volk, müssen es tun. Denn die Politiker müssen genau das Gegenteil von dem tun, was gut für die Menschen ist. Meine Worte, Freunde. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaktion auf Ren & Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt David Icke. Wie funktioniert Politik? Miese David Icke Politik Recherche. Ich hab richtig Bock drauf. Ja, Alter, David Icke haben wir uns letztes Mal zum ersten Mal reingezogen. Und das war schon sehr spannend, auf jeden Fall. Heute ein etwas älteres Video von ihm über Politik. Und ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentarchen. Abonniert den Kanal. Werdet Mitglied, Digga, auf diesem Kanal. Macht euch bemerkbar. Werdet Teil der Love Gang. Zieht euch die ganzen Streams im Nachhinein komplett rein. Und unterstützt mich bei meiner Arbeit, Digga. Ich liebe euch. Peter geht los, Diggi. Und los. Hallo. Vor einigen Wochen machte ich einen Videoclip mit dem Namen Wichtiges Wissen für einen Wall-Street-Demonstranten. Und die Leute fanden diesen Clip so informativ, dass ich überschwemmt worden bin, mit Anfragen doch ein wenig mehr darüber zu machen. Dies ist also sozusagen der zweite Teil dieser Angelegenheit. Worauf ich mich nun hier konzentrieren werde, darüber habe ich während der letzten 21 Jahre geforscht und recherchiert. Es handelt sich darum, wie es nur einigen wenigen Menschen gelingt, die Richtung der Weltentwicklung zu manipulieren und auch darüber, wie sie es anstellen. Interesting, interesting. Wir gehen rein, miese Schwubeleifreunde, Aluhüte auspacken, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und wenn ich so etwas sage, dann stellen die Leute gewöhnlich eine ganz offensichtliche Frage. Ja, wie sollen sie das denn tun? Wir haben doch sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Wie kann nur eine Handvoll Menschen, ein kleines Netzwerk von Familien, so große Teile der Welt kontrollieren? Wie zum Beispiel das Banken-W-System, internationale Firmen, Regierungen. Auch mit Blick darauf, dass doch eigentlich jede größere Partei die Chance hat, eine Regierung zu bilden und so weiter. Dann die Kontrolle des Pharmaindustrie-Kartells, des Öl-Kartells, des Biotechnologie-Kartells und so weiter. Nun, dabei handelt es sich um eine Verschwörung. Und Verschwörung ist... Ich hab's euch gesagt. Aluhüte müssen ausgepackt werden. Ich könnte jetzt schon voll viel dazu sagen, aber ich übe mich, ihm nicht zu viel zu reden während den Reactions und nicht zu oft Stopp zu machen. Lieber euch, wir hören ihm mal gespannt zu jetzt hier. Das ist natürlich ein böses Wort geworden. Er ist ein Verschwörungstheoretiker. Als ob diese Verschwörungen nicht existieren würden. Es ist doch unglaublich. Massenvernichtungswaffen im Irak. War das keine Verschwörung? Also... 9-11. Corona. Die Brutkastenlüge. John F. Kennedy Das, was man beachten muss, ist, dass dieses nicht erst seit ein paar Jahren oder seit ein paar Jahrzehnten vor sich geht, sondern seit ein paar Jahrhunderten. Das kann durch Material eben auch belegt werden. Und daher liegt der Fall vor, dass man von dieser Seite eben genügend Zeit gehabt hat, eine weltumspannende Struktur zu schaffen, die diesen wenigen erlaubt, die vielen zu kontrollieren. Und zwar auf eine sehr einfache Art und Weise, wenn dieses Netzwerk einmal installiert ist. Was man also gemacht hat, ist, dass man eine geheime Gesellschaft gegründet hat. Die Version einer internationalen Firma, die aber auf Verwandtschaftsverhältnissen und Blutlinien beruht. Man betrachte als Beispiel des Funktionierens McDonalds. Die haben eine Zentrale in Amerika und in jedem Land der Welt haben sie ihre Filialen. Und diese Filialen nehmen von der Zentrale die Befehle darüber entgegen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Franchise quasi, ne? Dies ist der Grund, warum, wenn sie in einen McDonalds gehen, sofern sie eine Notwendigkeit dafür empfinden, in Moskau, London, Sydney, Johannesburg oder egal wo, dann geht man im Grunde in dieselbe McDonalds-Filiale. Und diese globale Struktur im Zentrum erlaubt, also im Denkzentrum dieses Spinnennetzes, wenn sie so wollen, die erlaubt diesem Zentrum, Befehle an jedes Land auszurichten. Und das, was wir hier nun haben und betrachten wollen als globale Regierungs- und Befehlsstruktur, funktioniert in genau derselben Art und Weise. Wir haben das Zentrum dieses Netzes in Europa an Plätzen wie der City of London, Deutschland, Frankreich, Belgien, zu einem gewissen Grade in Amerika. Aber in Amerika überhaupt nicht, in dem Maße, in dem man das annehmen würde mit... Krass, also Zentrale ist in Europa, sagt er. ... auf die doch ganz offensichtliche Dominanz Amerikas bis jetzt über die übrige Welt. Und dieses... Ich meine, am Ende des Tages, sorry, ich will es so oft stoppen, aber wenn du überlegst, ich meine, Amerika ist ja auch eigentlich auch nur... Wer hat denn Amerika gegründet, so? Wer ist denn da rübergegangen, hat die Indianer abgeschlachtet und hat dann Amerika gegründet, also die USA? Das waren ja im Endeffekt auch Europäer, so, ne? Und wenn du guckst, so... Also Europäer haben schon eigentlich mehr oder weniger die ganze Welt übernommen oder versucht, die ganze Welt zu übernehmen und haben es bei vielen Teilen leider geschafft, so. Ganz Südamerika werden europäische Sprachen gesprochen, Spanisch, Australien, Amerika, Afrika in großen Teilen von Europäern. Die haben schon auf jeden Fall mies übernommen, wenn ich das so nennen darf. ...zentrum, oder wenn man so will, diese Spinne in Europa lädt auf so viele verschiedene Weisen die Kanone und bekommt Amerika dazu, diese Kanone abzufeuern. Die Leute sehen dann alle auf Amerika. Ah, das große, schlimme Amerika und so weiter. Nun, ich will damit nicht sagen, dass das Establishment und die Regierung in Amerika nicht von Übel ist. Ganz klar ist es das. Aber die wirkliche Macht ist in Europa lokalisiert. Nicht in den europäischen Regierungen, sondern in dem Zentrum dieses Netzwerkes von auf Blutlinien und Verwandtschaftsverhältnissen beruhenden Geheimgesellschaften. Wild? Wild? Da ist also das Zentrum, da ist diese Zentrale, da ist die Spinne, wenn man so will, mit Blick auf das Funktionieren der ganzen Sache. Und in jedem anderen Land, ob es nun in Südafrika ist, Johannesburg oder Kanada, da gibt es eben das Filialennetzwerk, das dieser Spinne in der Zentrale untergeordnet ist. Und diese Netzwerke wiederum in diesen verschiedenen Ländern sind wiederum Familiennetzwerke unter verschiedenen Namen, basierend auf Verwandtschaftsverhältnissen, mit ihren verschiedenen Agenten und Handlangern. Und auf diese Weise besteht also dieses Netzwerk dieser geheimen Gesellschaften inklusive ihrer diversen Agenten und Laufburschen, um ihre Leute in die entsprechenden bedeutsamen Machtpositionen zu bringen. Und auf diese Weise konnte... XGG, Dankeschön für deine 6 Euro. Liebe geht raus an dich. Thank you very much. Wirklich Liebe an jeden, der einfach so aus dem Nichts einfach so eine kleine Spende da lässt, Bruder. Das ist schon süß auf jeden Fall. Ich bin da echt dankbar für, Mann. Dankeschön, Bruder. Oder Schwester, ich weiß es nicht. Kann man jetzt aus dem Namen nicht rauslesen, aber Liebe. Und so kontrollieren sie die Regierungen der Länder, das politische System, die Banken, die Industrie, die Medien und alles, was dazugehört. Auf der Grundlage, dass sie überall die Besitzer von diesen Institutionen sind. Und so führt eben die nationale Filiale im Netz eines Landes die Befehle der Spinne aus, die im Zentrum sitzt. Eben genauso wie bei McDonald's. In den letzten 25 Jahren war ich ungefähr in 50 Ländern und habe über diese Dinge geforscht und mich mit Menschen darüber unterhalten. Und ich sehe überall dieselben Dinge, die eingeführt werden, mit denselben Ausreden und Entschuldigungen, Land nach Land, nach Land, zur selben Zeit oder um dieselbe Zeit herum. Was wir besprochen haben, ist eben die Struktur, die genau dieses ermöglicht. Dann gibt es ein nationales Niveau, das ebenfalls ein Filialnetz aufweist. Dieses befindet sich in den Städten, in den Regionen, in den Gemeinden. Und daher kann man vom Zentrum aus in die nächsten Ebenen seine Befehle hinunterschicken, bis ganz nach unten in die Städte und Gemeinden des ganzen Landes. Die Spinne im Zentrum kann also in den verschiedenen Ländern herunter manipulieren, bis in die ganz unteren Bereiche der Städte und Gemeinden. Das Ziel dieses globalen Netzwerkes besteht darin, die Gesellschaften in allen diesen Ländern zu verändern. In jedem Land eine globale faschistisch-kommunistische Diktatur zu errichten, basierend auf einer Weltregierung, die jedes Land regiert. Einer Weltzentralbank, die sämtliche finanziellen Angelegenheiten dieser Welt in jedem Land beherrscht. Basierend auf einer einzigen Weltwährung, die rein elektronisch abgewickelt wird, nicht mehr in Bargeld. Basierend auf einer Weltarmee, die den Willen dieser Weltregierung durchsetzt und einer mit Mikrochips versehenen Weltbevölkerung. Das krasse ist, ihr müsst überlegen, das Video ist 15 Jahre alt, 12 oder 15 Jahre alt. Und er hat da schon eigentlich von dem geredet, was Ernst Wolff heutzutage sagt mit CBDCs und so elektrische Zentralbankwährung. Weißt du, wie ich meine? Das küsst deine Zäbeldrüse. Ist schon eine crazy Geschichte auf jeden Fall. Und wenn du so überlegst, es ist halt leider so, dass es schon immer so machtgierige Menschen gab. Auch schon viel früher so Julius Cäsar-Zeiten, Römer, dies, das, die wollten ja die ganze Welt übernehmen. Und heutzutage ist es halt auch noch viel einfacher geworden, weil wir halt auch weltweit mittlerweile alle vernetzt sind. Und es ist halt einfach, wenn du jetzt dir vorstellst, du bist jemand, der viel Macht hat und viel Einfluss hat und überlegst dir, okay, wie kann ich es schaffen, so große Teile der Welt wie möglich zu kontrollieren? Okay, über Geld, über Banken, über Finanzen, vielleicht können wir noch das Fernsehen dafür nutzen, Entertainment. Es macht ja schon Sinn, dass wenn du jemand bist, der sich denkt, ich will große Teile der Welt kontrollieren, dass du dann so ein Spinnennetz aufbaust. Und wenn du die Macht und Power dafür hast, dann versuchst du das natürlich auch umzusetzen. Ich bin überzeugt davon, dass es nicht immer funktioniert. Ich bin auch überzeugt davon, dass es eigentlich auch schon ganz woanders wäre, wenn es so glatt durchlaufen würde. Ich bin überzeugt davon, dass es Mächte gibt und Kräfte gibt, die dagegen arbeiten, göttliche Kräfte. Menschen, die sagen, nein, wir möchten das nicht. Wir sind menschlich und liebe und wir wollen, dass es Menschen gut geht. Und das kämpft halt gegeneinander mehr oder weniger auf einer spirituellen Ebene auch so. Und deswegen glaube ich auch, dass wir als Einzelner, wenn wir halt einfach versuchen, da nicht mitzuspielen und versuchen, nicht so zu sein, wie die auch vom Mindset her einfach. Weißt du, dieses Mindset von denen, das geht ja auch durch, durch alle Ebenen so. Das siehst du auch, das verteilt sich ja dann auch im Twitch-Bereich, YouTube-Bereich. Leute denken immer, wenn die irgendwie erfolgreich sind, nein, ich will nicht, dass andere auch erfolgreich sind. Ich mache jetzt Videos gegen andere und ich verheimliche irgendwas und mein Erfolgsrezept und so. Das ist ja dieses Mindset so, dieses nichtsgönnende Ego-Mindset so. Und wenn man da halt nicht mitmacht und das Gegenteil macht, so wie wir hier als Love Gang. Wir sagen zum Beispiel, nein, wir unterstützen uns gegenseitig. Wir geben uns Liebe. Wir wollen, dass alle um uns herum erfolgreich sind und dass jeder irgendwie seinen Traum lebt. Damit kannst du schon dagegen arbeiten, weißt du. Weil es ist halt auf der spirituellen Ebene wichtig, dass es genug Menschen gibt, die einfach bei diesem Mindset nicht mitpartizipieren. Und ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall auch eine Chance. Langfristig wird sowieso das gewinnen, meiner Meinung nach, also die Liebe. Deswegen, man soll sich von solchen Videos auch nicht zu krass beeinflussen lassen und dann den Kopf in den Sand stecken und denken, ah, fuck, die Welt ist böse. Und es gibt ein paar Menschen, die einfach Böses wollen und die werden das auch hinbekommen. Werden die nicht. Werden die nicht. Macht euch keine Sorgen. Als ich Letzteres vor ungefähr 15 Jahren zum ersten Mal berichtet habe, haben sich die Leute vor Lachen gekringelt. Nun, im Moment lachen sie nicht mehr so laut, denn alle diese Dinge sind dabei, vollzogen zu werden. Wenn wir nun diese Struktur anhand der Vereinigten Staaten von Amerika betrachten, dann ist es bis zu diesem Zeitpunkt so, dass man den Menschen eingeredet hat, dass es zwei politische Parteien in Amerika gibt, die jede für sich alle Möglichkeiten der Welt haben, eine Regierung zu bilden. Das sind auf der einen Seite die Republikaner und auf der anderen Seite die Demokraten. Im Grunde genommen handelt es sich, wie auch in jedem anderen Land, nicht um verschiedene politische Parteien, sondern es handelt sich um Masken desselben Gesichtes. Und jedes Mal, wenn die eine oder die andere Partei an die Macht kommt, dann führt sie den Willen dieser Spinne aus, die im Zentrum sitzt. Und sie führt einzig und allein die Befehle aus, die dieses Zentrum diktiert. Das ist auch so, ich sehe das genau so. Das ist auch das, was ich versuche, den Leuten so mitzugeben, weißt du, wie ich meine? Wenn sie sagen, I love you. Natürlich nicht, sehr optimistisch. Jaja, ich bin optimistisch. Ich glaube halt ans Gute, ich glaube halt an Gott. Ich glaube, dass Liebe und gute Vibes und Miteinander, Positivität, diese ganzen Sachen werden am Ende immer überhand haben, weil die Kraft viel stärker ist. Wenn man zum Beispiel zu George Bush Jr. schaut oder zu Barack Obama, auf den ersten Blick, wenn man auf deren Wahlkämpfe schaut und darauf, wofür sie stehen sollten, hätte man doch kaum auf Menschen kommen können, die unterschiedlicher waren, mit Blick auf ihre politische Haltung oder mit Blick auf Wirtschaftsfragen usw. Aber eigentlich hat uns Obama dann in seiner ganzen Verlogenheit in einer gewissen Weise einen Gefallen getan. Denn er war so extrem in seinen ganzen Behauptungen unterschiedlich zu sein und dass er einen Wechsel bringen wollte. Und die Tatsache, dass es dann doch nur den gehabten politischen Alltag gab, hat mehr als jemals zuvor einer großen Anzahl Menschen klargemacht, was dort eigentlich abgeht. Denn de facto bedeutete Obama keinen Unterschied zu Bush. Und die Frage ist, warum? Wie hat man das angestellt? Ganz einfach. Man muss sich George Bush Jr. anschauen während der Periode der Anschläge vom 11. September, der Irakinvasion, Es gibt doch sogar Verbindungen von Obama zur Bush-Familie auch, glaube ich, ne? Afghanistan-Invasion usw. George Bush ist nachweislich geleitet worden aus dem Hintergrund von einer Gruppe von Leuten. Das alles ist ausführlich sogar in den Mainstream-Medien berichtet worden. Er ist geführt und kontrolliert worden von einer Gruppe, die bekannt wurde als die Neocons. Das heißt die Neokonservativen, also Leute wie Richard Perl, William Crystal, Paul Wolfowitz und diese ganze Bagage. Und daher bekam George Bush seine Politik serviert und betrieben von diesem Netzwerk. Auf der anderen Seite stehen die Demokraten, also Obama. Hinter diesen steht eine Gruppe, die ich im Gegensatz zu den Neocons die Demokons nenne. Bei den Demokons handelt es sich um Leute wie Rahm Emanuel, der ehemalige Stabschef des Weißen Hauses in den früheren Zeiten von Obama. Das sind Leute wie George Soros, ein milliardenschwerer Vertreter der Rothschilds. Sorge ist einer der großen Manipulatoren mit den sogenannten Farbenrevolutionen und einem Netzwerk von Stiftungen und Organisationen, die er besitzt, wie dem Open Societies Institute und der International Crisis Group. Dann gibt es noch einen weiteren Gesellen bei den Demokons, und das ist Spigniew Brzezinski, der Jimmy Carters Sicherheitsberater war. Bei ihm handelt es sich um einen schwergewichtigen Insider. Man muss nur seine Bücher seit den 1990er Jahren lesen bis heute. Da hat man die Welt vor Augen, wie sie heute ist, denn er wusste, was kommen würde. Dies ist jedoch nun der Punkt in den Strukturen, in dem Funktionieren des Einparteienstaates. Und der besteht darin, dass die Neokons, die die Republikaner kontrollieren, und die Demokons, die die Demokraten kontrollieren, auf einer höheren Ebene demselben Herrn dienen, demselben Netzwerk, denselben über Blutsbande verbundenen Familien und Netzwerken aus Geheimgesellschaften. Also, ob man nun ein Republikaner an der Macht ist oder ein Demokrat, ob nun Bush oder Obama, Dieses eine Netzwerk ist immer an der Macht. Man könnte nun sagen, ich beschreibe ja nur amerikanische Verhältnisse. Aber es geschieht in jedem anderen Land, ob es nun Großbritannien oder woanders ist. Dies bedeutet, wer auch immer an der Macht ist, wird von dieser Macht, von dieser Gesellschaft, von diesem Netzwerk kontrolliert. Und daher führen alle Regierungsparteien, gleich welche Ausrichtung, auch immer nur die Tagesordnung dieses geheimen Netzwerkes aus. Das siehst du ja auch, ich weiß nicht, wir können das ja mal auf Deutschland übertragen, weißt du. Überleg mal, wie viele Parteien auch früher mal irgendwie eigentlich ganz anders unterwegs waren und ganz anders gegründet wurden, als sie dann aber in Machtpositionen waren, auf einmal die gleiche Scheiße durchgezogen haben wie alle anderen. Nimm mal als Beispiel die Grünen zum Beispiel, die immer so für Liebe und Toleranz und Naturschützen und Antikrieg vor allen Dingen waren. Und jetzt guck sie dir mal an, wo sie in die Regierung reingekommen sind, was die so fabriziert haben. Weißt du, da merkst du ja immer wieder, die machen irgendwelche Versprechungen und die sind mal idealistisch vielleicht sogar gegründet worden mit einer guten Idee, aber werden dann halt ganz schnell unterwandert und kriegen ganz schnell Ansagen gemacht, so ey, guck mal Jungs, so und so und so läuft der Laden. Wenn ihr nicht mitmacht, seid ihr halt wieder raus. So, dann werdet ihr gar nicht zur Wahl gestellt, so dann wird eure Partei, wir kriegen das schon hin, dass eure Partei dann keinen Einfluss mehr hat, so weißt du. Und genauso ist es auch mit den Präsidenten in Amerika, meiner Meinung nach. Es gibt Leute im Weißen Haus und in den Geheimdiensten, die werden immer wieder die neuen Präsidenten briefen und die werden denen sagen, was die erzählen können und was die nicht erzählen können und die werden denen auch sagen, was die umsetzen können und was die nicht umsetzen können. Und dann machen die halt noch ein bisschen so einen auf, ja, wir sind anders, vor allen Dingen in der, wie sie sich präsentieren in der Öffentlichkeit, aber die Entscheidungen, die sie treffen, müssen immer mit diesen Leuten abgestimmt werden und ja, das ist eine Sache, die ist eigentlich offensichtlich. Wenn du richtig hinguckst, dann siehst du das auch. ...aufhörlich nach einer Zentralisierung der Macht in jeder auch nur erdenklichen Region unseres Lebens strebt. Und das aus dem einfachen Grunde, weil diese wenigen umso mehr die Macht haben, je mehr diese Macht zentralisiert wird. Und wenn man diese Macht eben konzentriert, zentralisiert auf einem globalen Niveau, dann bekommt dieses Netzwerk eben die Macht über jeden Menschen dieses Planeten. Dieses System ist auch der Grund, warum sie eine Weltregierung haben wollen. Eine Weltzentralbank, eine Weltwährung und eine Weltarmee. Und wie das Ganze funktioniert, das geht so. Okay. Lausche auf, Röhne. Man hat einen Wahl. Ich mag seine Stimme, Digga, ich würde lieber in Englisch gucken, sag ich dir ehrlich. Das ist ein großes Ding. Wir haben ja diese Occupy-Gruppen auf der ganzen Welt. Eine fantastische Sache. Aber man muss eben auch verstehen, was eigentlich am wirksamsten ist. Eine der Punkte, die ich vorschlage, auf die Tagesordnung dieser Occupy-Gruppen zu setzen, ist die Beendigung jeglicher Regierung ohne einen Vertrag. Das Ende jeglicher Politik ohne einen Vertrag. Was meine ich damit? Was im Moment passiert, das ist, dass in einer Wahlkampagne irgendeiner daherkommt und den Leuten erzählt, was sie hören wollen, damit sie gewählt werden. So wie bei Obama. Ich werde Guantanamo schließen. Ich werde dieses und jenes tun. Aber nichts von dem tritt ein. Denn keiner von diesen Leuten hat auch nur den blassen Dunst eines Willens, diese Dinge anzugehen. Marketing. Ganz einfaches Marketing. Sie müssen einem eben erzählen, was man hören will, damit sie gewählt werden. Wie geht das, Diggi? Weil es eben keinen Vertrag gibt. Es muss also einen Vertrag geben, sodass nicht jemand kommen kann und sagen kann, es wird keine Kohlendioxidsteuern geben und dann gibt es hinterher doch eine. Das muss per Gesetz verboten werden. Und dieses Brechen von Wahlversprechen ist ja so ganz offensichtlich von Obama betrieben worden. Man verspricht den Leuten, was sie hören wollen, dann wird man gewählt, man kommt an die Macht und dann tut man exakt das Gegenteil von dem, was man versprochen hat. Und das betrifft doch nicht nur Obama. Obama ist doch nur ein extremes Beispiel für diese Sache. Ist so. Gutes Beispiel aber. Das passiert doch in politischen Parteien über die ganze Welt hinweg und die ganze Zeit. Denn es gibt keinen Vertrag. Und so haben wir eben die Situation, dass es eine Wahl gibt. Die Leute geben jemandem ihre Stimme. Auf der Grundlage der verschiedenen gegebenen Versprechen gelangen die Politiker an die Macht. Und nichts ändert sich. Und bei der nächsten Wahl kommt der nächste Politiker daher, erzählt den Leuten, was sie hören wollen, wird gewählt, kommt an die Macht und tut wiederum das Entgegengesetzte von dem, was er versprochen hat. Und so geht es weiter. Von Wahl zu Wahl. Also. Das ist krass, aber wie oft das funktioniert auch, ne? Das ist so eine Sache, die mich halt fasziniert, dass das immer wieder funktioniert, bro. Also die Leute sind so tief in der Matrix drin, dass die das immer wieder neu abkaufen und immer wieder dann mitmachen. Und immer wieder dann mitgehen und sich denken, ja, Digga, jetzt, diesmal ist anders. Diesmal ist anders, ja? Die sagen bestimmt die Wahrheit jetzt. Komm, rein in den Laden. So, das ist eine Sache, die mich persönlich einfach fasziniert so. Ich finde das sehr faszinierend, wie die Leute das halt einfach nicht wahrhaben wollen. Aber ich kann das auch irgendwie nachvollziehen, weil die Leute halt, wenn du da den Glauben aufgeben würdest, dann würde dir halt ein bisschen so der Boden unter den Füßen verloren gehen. Und dann würdest du so ein bisschen so das Gefühl haben, ey, ich hab gar keine, eigentlich hab ich gar keine richtige. Eigentlich machen die sowieso, was die machen wollen. Und ich bin denen eigentlich voll egal. Eigentlich stehe ich hier auf eigenen Füßen so. Ich kann mich eigentlich gar nicht auf die verlassen und da auch wirklich einen Einfluss drauf nehmen. Man kommt sich dann erstmal vor wie so eine Made so, weißt du. Aber eigentlich ist es halt auch eine super große Chance, weil dann fängst du an, dich auf dich selbst zu konzentrieren. Und da deine Kraft herzuholen und dich nicht auf andere zu verlassen, irgendwelche Politiker oder so. Und ich glaube, das ist eine Sache, die sehr wichtig ist. Es muss eine Art von Vertrag geben, der vereinbart oder festlegt, was die Politiker versprechen und das, was sie dann schließlich tun werden, wenn sie an der Macht sind. Dies ist also die Art und Weise, wie das Ganze in fast jedem Land der Welt funktioniert. Dass man den Leuten eben die Illusion gibt, sie hätten in der Politik die Wahl. An irgendeinem Punkt hat man eine der Parteien an der Regierung. Sobald sie an der Macht ist, hat diese Partei die Macht, die Dinge dieser Zentralisierungsagenda einzuführen. Dieser Polizeistaatagenda und alle diese anderen Dinge, von denen ich berichtet habe. Zur selben Zeit, wo diese eine Partei an der Macht ist, ist die andere Partei in der Opposition. Und diese Oppositionspartei opponiert gegen die Vorhaben der Regierungspartei. Und kritisiert die Regierung, die an der Macht ist, für das, was diese tut. Dann haben wir diese Lächerlichkeit, die man Wahlen nennt. Und danach, dann tauschen die sich aus und das gleiche Spiel von der anderen Seite. Ich schwöre es dir, Digga. Geht manchmal die Regierungspartei in die Opposition und die Oppositionspartei geht in die Regierung. Und nun ist es so, dass die Partei, die nun an der Regierung ist, die vorher also als Oppositionspartei und opponiert hat gegen die Maßnahmen der vorigen Regierungspartei und gegen deren Maßnahmen der Zentralisierung, dem Polizeistaat und so weiter, als diese Partei damals sowieso keine Macht hatte in der Opposition, irgendetwas zu tun. Nun, da sie an der Macht ist, fängt sie an, genau das einzuführen, wogegen sie vorher opponiert hat. Und die Partei... Facts. Ist so. Kevin sagt, eigentlich wissen wir das alles schon, was er erzählt. Ah, nee, ist gar nicht Kevin, Digga. Ah, der hat sich umgenannt. Doch, ich nenne dich weiterhin Kevin. Die meisten Leute wissen das leider nicht. Und deswegen muss man die Leute auch ein bisschen immer mal wieder darauf aufmerksam machen. Natürlich wusste ich das schon, aber ich finde, der erklärt es trotzdem ganz cool. Ich finde das Video eigentlich stark so. Chat, was sagt ihr eins in den Chat? Ich werde mir das auf jeden Fall zu Ende angucken. Ist ein gutes Thema, ist auch ein wichtiges Thema, gerade in aktuellen Zeiten. Weil ich glaube, aktuell haben sich sehr viele Leute wieder in die Fänge von Parteien und von Politikern und von angeblichen Alternativen, haben sich von denen wieder irgendwie einfangen lassen. So, weißt du? Die vorher in der Regierung war und alle diese Dinge eingeführt hat, die jetzt in der Opposition ist, fängt an, gegen all diese Dinge, die sie vorher selber betrieben hat, Opposition zu machen und kritisiert es. Und das ist der Betrug, der sich wieder und wieder vollzieht, Jahrzehnt nach Jahrzehnt. Und der allgemeine Leitsatz dabei ist, egal welche Partei an der Macht ist, diese Partei setzt die Tagesordnung dieses zentralen Netzwerkes durch. Dann wird die Opposition dagegen mobil machen und das Volk hat das Gefühl, es hätte eine Wahl. Es hat keine Wahl, denn all diese Parteien sind ja Masken desselben Gesichtes. Und weil dieses globale Netzwerk die Agenda eben durchgesetzt haben will, deshalb wird jede Partei, die an der Macht ist, diese Agenda durchsetzen. Parteipolitik ist im Allgemeinen ein kühlkalkulierter Betrug, um den wenigen zu ermöglichen, die vielen zu kontrollieren. Denn als die Menschen zu rebellieren begannen gegen die exzessiven Diktaturen der königlichen Blutlinien und so weiter, und diese Linien existieren ja noch heute, deren Leute sind nun in der Politik, in den Banken und großen Unternehmen. Aber damals gab es diese Chance, als diese Rebellion gegen diese Diktatur stattfand. Man hatte sich überlegt, dass man eventuell eine Chance hätte, wenn das Volk die Möglichkeit hätte, individuelle Persönlichkeiten zu wählen. Menschen mit Charakter auf der Grundlage deren Echtheit und Originalität. Da kann man die Emotionen auch ein bisschen mit antriggern, so ne? Funktioniert besser, bro. Und auf der Grundlage dessen, was sie wirklich für das Volk tun wollten. Nun, dabei handelt es sich ja um den schlimmsten Albtraum dieser Leute, die diese geheimen... Deswegen hat der Obama auch so gut funktioniert, weil der war halt cool, so weißt du. Der hat halt so ein bisschen so diesen Normalo wiedergespiegelt, so diesen lockeren Typen. Ich glaube, viele aus dem Volk konnten sich damit identifizieren. Und solche Kandidaten funktionieren halt krass. Oder auch ein Trump, der einfach in irgendwelche Podcasts reingeht und dann da freischnauze einfach Dinge erzählt und auch so crazy Sprüche rausknallt. Die funktionieren halt bei den Menschen extrem gut, weil die so einen auf... Ich bin einer von euch, weißt du? Film schieben. Und das, was sie nun taten, war, eine parteipolitische Struktur zu schaffen. Man muss doch nur einmal daran denken. Es gibt ungefähr sieben Milliarden Menschen auf der Erde, mit allen diesem Potenzial und dieser Einzigartigkeit in der Art und Weise, wie Länder geführt und geleitet werden. Und doch, egal wohin man kommt, hat man politische Parteien. Ist dies die einzige Weise, wie man eine politische Arbeit strukturieren kann? Nein, das ist es natürlich nicht. Aber es ist natürlich die einzige und die beste Art und Weise, um Politik zu kontrollieren. So, stimmt. Ich sprach über dieses Spinnennetz, aber man kann es genauso gut symbolisieren durch eine Pyramide. Eine Pyramide mit verschiedenen Ebenen und Abteilungen. Oh shit, jetzt sind wir da, Digga. Ja. Oben am kleinen Schlussstein der Pyramide gibt es nur einige wenige Menschen, die allen übrigen Befehle erteilen. Je weiter man nach unten kommt in dieser Pyramide, gibt es immer mehr und mehr Menschen, die aber immer weniger und weniger wissen über die eigentlichen Ziele, die verfolgt werden. Darüber, was diese Organisationen eigentlich darstellen, welche Ziele sie verfolgen. Die einzigen Menschen, die wissen, wie alle Teile zusammenpassen, sind die wenigen an der Spitze der Pyramide. Darunter sind eben eine große Anzahl von Menschen, die in völliger Unwissenheit gehalten werden über die eigentlichen Intentionen dieser Organisation, seien es die Mitglieder einer politischen Partei oder die Banker, die Universitäten, die Regierungen, was auch immer. Durch diese Zergliederung und Begrenzung des Wissens wird einem nur erlaubt... Zergliederung und Begrenzung des Wissens, Digga. Also ich finde, der beschreibt das schon nice. Gerade so viel zu wissen, dass man seinen Dienst und seine Aufgabe in seiner kleinen Abteilung erfüllen kann. Ist so. Das heißt, auf diese Weise liefern die Leute Beiträge zu diesen einzelnen finsteren Pyramiden, die die Menschheit versklaven wollen. Und sie haben überhaupt keine blasse Ahnung darüber, was sie da eigentlich tun. Jeder liefert in offensichtlicher Unschuld kleine Beiträge hier und da und dort zu dieser Pyramide, aber wenn man... Und das große Ganze, die meisten Menschen haben gar keinen Blick mehr fürs große Ganze so. Und das ist auch bewusst so gemacht, wie er gesagt hat. In Universitäten, das Wissen wird gesteuert teilweise. Also die Menschen wissen nur, was die wissen sollen. Und wenn du dich außerhalb von diesem Wissen informierst, dann bist du halt ein mieser rechter Verschwörungstheoretiker, wirst gecancelt, diffamiert und halt direkt an den Pranger gestellt so. Und so sorgst du halt dafür, dass die Leute immer schön in der Box drinbleiben. Immer schön in der Matrix drinbleiben und ihren Teil dazu sogar beitragen und dafür arbeiten, wie so kleine Agenten, wie in dem Film Die Matrix. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Das ist so. Wenn man sich dann zusammensetzt, dann ist es alles andere als unschuldig. Und das wissen nur die wenigen an der Spitze der Pyramide, die diese ganze Sache am Laufen halten. Und daher ist es so, dass auch die politischen Parteien eben Pyramiden sind, in pyramidaler, hierarchischer Struktur geordnet sind. Also ich gehe sogar so weit, dass es einige Leute gibt, die eine politische Partei haben oder in der politischen Partei aktiv sind oder vielleicht sogar eine politische Partei leiten, die nicht mal wissen, dass es noch übergeordnete Pyramiden gibt, die die kontrollieren. Weißt du? Also die sind überzeugt davon, das merkst du ja auch teilweise. Die denken wirklich, dass sie was verändern können und die sind überzeugt davon. Die sind teilweise idealistisch und denken, ja und so, die ist das. Die wissen gar nicht. Bin ich überzeugt von. Die Idee bei politischen Parteien ist, dass diese nur von sehr wenigen Leuten geleitet und geführt werden. Nehmen wir an, sie möchten Mitglied des Parlaments in Großbritannien werden. Um dahin zu kommen, muss man ausersehen werden von dieser Partei, diese Partei repräsentieren zu dürfen bei einer Wahl. Wenn man das als Unabhängiger versucht, dann kommt man nur in den allerseltensten Fällen damit durch. Wenn man nicht Teil einer politischen Partei ist, das heißt Teil dieser gesamten Struktur, den Geldern, die verteilt werden, des Zugangs, den man braucht zur nötigen Publicity und Förderung, dann hat man im Grunde genommen keine Chance. Wenn man Politiker werden will, dann muss man ein bestimmtes Interview bestehen. Dazu muss man versichern, dass man der Parteipolitik folgen wird. Und diese Parteipolitik wird eben entschieden von den wenigen an der Spitze der Parteipyramide. Kommt man also durch dieses Stadium hindurch, dann bewirkt man sich um einen Platz im Parlament. Man erzählt den Leuten, was man glaubt, dass diese hören wollen, im Einklang mit den zentralen Themen und Leitsätzen der Parteipyramide. Und man wird gewählt und wird Mitglied des Parlaments. Nun, wenn man jetzt weiter fortschreiten will in die Hierarchie dieser Partei, die diese Partei leitet, und man möchte in die Regierung kommen, beziehungsweise Teil der Regierung werden, dann muss man seine Zeit damit verbringen, in der Partei abzustimmen auf Grundlage der Dinge, die diese kleine Parteihierarchie an Grundsätzen erlässt. Man muss dafür oder dagegen abstimmen, wie es auch immer bestimmt wird von denen. Wenn man das nicht tut, dann wird man auch nicht innerhalb dieser Partei vorwärts kommen. Und nun haben wir innerhalb dieses sogenannten freien politischen Systems diese Parteieneinpeitscher. Und diese Parteieneinpeitscher sind dazu da, um diejenigen Mitglieder einer Partei zu bedrohen, zu formen und manchmal zu bestechen, die nicht mit dem Parteiendiktat mitstimmen wollen in einer Abstimmung. Sie bringen die verschiedenen abtrünnigen Parteimitglieder auf Linie, sodass diese nicht für ihre eigentlichen Überzeugungen abstimmen und für das, von dem sie fühlen, dass es richtig ist, sondern dass sie eben der Parteilinie folgen. Und dazugehören, mitmachen. Das ist ein Trieb, den wir Menschen auch in uns tragen. Wir wollen dazugehören. Es ist eine tiefe Angst, die jeder Mensch in sich trägt, es sozial ausgegrenzt zu werden, von deiner Gruppe, in der du gerade stattfindest. Das heißt, du würdest sogar Sachen machen, die du nicht fühlst, damit du zu der Gruppe dazugehörst. Wie zum Beispiel eine Spritze in deinen Arm reinjagen, wo ein Zeug drin ist, was so vorher noch nie in dir drin war, was neu ist, was experimentell ist. Und du machst da mit, damit du mit dazugehörst. Und diese Mechanismen wurden schon auf so großer Ebene angewendet. Ich meine, gerade wir in Deutschland wissen ja, was durch diesen Mechanismus in unserem Land schon passiert ist. Weißt du, wie ich meine? Musst du dir mal reinziehen. Musst du mal überlegen. Denkt ihr, die Leute haben das nicht mitbekommen, was da passiert ist, so in den 30er Jahren in Deutschland? Ja, aber man wollte halt nicht, man wollte nicht auffallen, man wollte nicht irgendwie nicht dazugehören. Man hat gesagt, ja, okay, dann ich mache halt mal hier ein Auge zu, mal da ein Auge zu. Ich habe es nicht mitbekommen. So, alles gut. Alle machen sowieso, alle machen mit. Deswegen ist es jetzt auch nicht böse, mitzumachen. Weißt du? Und genauso dann im Kleinen auch bei dieser Impfgeschichte in Deutschland, wo Corona um die Ecke gekommen ist. Denkst du die Leute, die sich, also denkt ihr wirklich, dass alle Leute, die sich impfen lassen haben, das gefühlt haben, sich impfen zu lassen? Wisst ihr, wie viele Prozent sich impfen lassen haben, einfach damit sie weitermachen können oder dazugehören und nicht ausgegrenzt werden? Wisst ihr, wie viele Leute andere Leute diffamiert haben, weil alle anderen die diffamiert haben? Und nicht, weil die es gefühlt haben. Viele, sehr, sehr viele haben das nur gemacht, weil sie Teil der Gruppe bleiben wollten und nicht ausgegrenzt werden wollten. Das ist auch so wie noch kleiner, zum Beispiel in der Schule damals, Mobbing. Weißt du, wie viele Leute einfach andere gemobbt haben, weil andere andere gemobbt haben und die mobben alle gerade die. Dann mobbe ich die auch. Gehör ich mit dazu, fällt ja eh keinem auf. Auch wenn ich es nicht fühle. Aber mach das nicht, Digga. Hört da auf euch, hört da auf das, was richtig ist. Wenn euer Herz euch sagt, ist nicht richtig, dann mach nicht. Und genau diese Tatsache, dass eben diese Parteien Einpeitscher existieren, zeigt einem ja auch, dass die Politik mit den Dingen, an die die Menschen wirklich glauben und wofür sie stehen, eben überhaupt nichts am Hut hat. Es ist das, woran die Parteistruktur glaubt, wofür sie stimmen. Gerade eben hatten wir eine Abstimmung hier in England über die Frage, ob eine Volksabstimmung über die Europäische Union abgehalten werden soll. Und so viele Mitglieder innerhalb der Konservativen Partei, also der Regierungspartei, waren in ihrem Herzen dafür eine Volksabstimmung. Aber eine Menge von ihnen stimmte aufgrund des Druckes von der Parteispitze nicht für eine Volksabstimmung. Und das war ausreichend für die Regierung, um diese Abstimmung zu gewinnen. Und es ist eben so, dieses hierarchische System der Parteienpolitik und ihrer Strukturen hat niemals und zu keinem Zeitpunkt jemals das wirkliche Interesse der Menschen vertreten. Es ist so, dass jede Partei einzig und allein das Interesse der kleinen Gruppe an der Spitze dieser Parteienhierarchie vertritt. Und diese dient letztlich nur diesen übergeordneten Kräften dieses Netzwerkes, das wir oben besprochen haben. Und genau dies ist auch der Grund, dass, als David Cameron als Premierminister der Konservativen Partei in Großbritannien an die Macht kam, und er hatte ja alles Mögliche versprochen in seinem Wahlkampf, was er tun wollte, aber was sich dann herausstellte, war, dass er im Grunde genommen ein Tony Blair hoch zwei ist. Aber so wird es eben immer sein. Denn genauso wie Tony Blair repräsentiert David Cameron eben nur dieses Netzwerk an der Spitze der großen Pyramide und deren Ziele. Was wir sehen ist, dass Amerika systematisch zerstört wird. Und die Leute sagen dann, warum sollte ein Amerikaner, also wie Obama und die demokratische Partei und die Bushes und die republikanische Partei, warum sollten die Amerika zerstören wollen? Und die Antwort ist eben, weil diese Leute eben nicht Amerika repräsentieren. Das ist die Sache, die man einfach verstehen muss. Und es ist auch ganz wichtig, dass die Occupy-Demonstranten dies verstehen. Was hier läuft, geht nicht aus von Repräsentanten von Amerika. Diese Leute repräsentieren dieses geheime Netzwerk, von dem ich sprach, und das beide politischen Parteien in der Hand hat und ihnen die Befehle diktiert. Und macht aber auch Sinn irgendwie, ne? Wenn du siehst, wie die Amerika auch runterwirtschaftet, teilweise aber auch bei uns, Deutschland, Europa und so, dann fragt man sich immer so, hä, warum machen die ihr eigenes Land kaputt, so? Aber das lässt sich halt gut erklären. Das lässt sich damit gut erklären. Also die denken nicht in Ländergrenzen oder so, weißt du? Die sind nicht patriotisch, so wie das in manchen Leuten einfach auslösen wollen, diesen Patriotismus und so. Sondern die denken übergeordnet, so. Die denken nicht in Länder und diese ganze Scheiße, so. Die denken in Macht, die denken in, wie können wir noch mehr Leute kontrollieren. Die wollen ja auch auf eine Weltregierung hinaus. Die wollen ja, dass alles zentralisiert wird irgendwie. Für die ist scheißegal. Dieses geheime Netzwerk möchte eben nicht, dass es Amerika gut geht, sondern es möchte, dass Amerika zerstört wird. Und das aus einem einfachen Grunde. Äh, Bro, es gibt kein links und rechts. Es gibt nur oben und unten. Von oben gewinnt, ja, ja. Dazu hab ich mal ein geiles Video gemacht. Ich hab's nicht gepostet, aber das hab ich schon hart gefühlt, ja. Da hab ich's eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht, ja. Auch die Hintergrundmusik, richtig mystisch, Bruder. Da kommt der Mystiker-Lovelog raus, Digga, hör mal zu. Die ganze Politik-Scheiße ist doch sowieso im Endeffekt nur ein komisches Theaterspiel, wo wir wieder einfach den Glauben nicht verlieren sollen und uns schön da rein involvieren sollen und uns schön da mit anderen streiten sollen, die eine andere politische Meinung haben, damit wir ja uns nicht mit uns selbst auseinandersetzen und ja nicht anfangen, innerhalb der Gesellschaft zu checken, dass wir uns eigentlich alle lieben müssten. Weil es geht nicht um rechts und links. Es geht nicht um geimpft oder ungeimpft. Es geht nicht um Moslem oder nicht Moslem. Es geht nicht um Migrant oder nicht Migrant. Oben gegen unten, Bro. So, das ist eine Pyramide. Verdammte Scheiße. Ja, nennt mich gerne Schwurbler, aber es gibt ein paar Menschen da oben, die dafür sorgen, dass wir uns innerhalb der Gesellschaft die ganze Zeit streiten, damit wir nicht realisieren, dass es Menschen da oben gibt, die uns diese Themen die ganze Zeit reinstreuen, damit wir uns gegenseitig ficken und nicht realisieren, wer die wirklichen Leute sind, gegen die wir kämpfen sollten. So. So. Wenn jemand die Diktatur einer Weltregierung anstrebt, die jedes Land dieser Erde regiert, dann kann man eben keine Supermächte mehr haben. Denn diese haben ja die finanzielle und militärische Macht, diesen geheimen Netzwerken zu widerstehen. Und was also nun ganz systematisch vorgeht, und es geht vor sich seit Jahrzehnten und länger, das ist, dass man es auf die amerikanische Wirtschaft abgesehen hat, diese zu ruinieren. Und das ist der Grund, warum sich diese in einer derartigen katastrophalen Unordnung befindet. Diese amerikanische Wirtschaft wird eben ganz systematisch zu dem gemacht, was sie im Moment darstellt. Warum sollten denn amerikanische Regierungen, die wirklich nur das Beste für Amerika im Sinn haben, Verhältnisse zulassen, in denen enorme Mengen an amerikanischen Arbeitsplätzen nach Plätzen wie zum Beispiel China und der dortigen Sklavenarbeit verlagert werden? Wenn es sich wirklich um eine Regierung handeln würde, die dieses namenswürdig wäre, mit einem empfindenden Herzen, dann würde man doch zuerst sagen, wir werden niemals zulassen, dass amerikanische Arbeitsplätze uns auf diese Art und Weise weggenommen werden. Denn es fügt dem amerikanischen Volk Schaden zu. Und wir werden sie uns nicht wegnehmen lassen, nur um dann Menschen in Sklavenarbeit in China und dem fernen Osten auszubeuten. Aber genau das tun sie. Auf diese Weise wurde vieles von der amerikanischen industriellen und produktiven Grundlage ganz bewusst zerstört. Und die Ironie ist nun, dass Amerika die Hand aufhält in China, damit es so weitermachen kann. Warum sollte jemand, der sich um Amerika wirklich Sorgen macht, eine solche Situation hervorrufen? Nun, eben aus diesem Grunde, weil diese Leute sich halt eben nicht um Amerika Sorgen machen. Und wenn man sich dann die finanzielle Situation anguckt und diese im Privatbesitz befindliche FED, die von den Rothschilds kontrollierte sogenannte amerikanische Nationalbank mit Leuten wie Ben Benenke, dann ist es dort so, dass man von dort aus Billionen über Billionen über Billionen an Dollars an Banken ausgeschüttet hat. Und zwar nicht alleine in Amerika, sondern über die ganze Welt hin. Und wo ist dieses Geld nun? Es ist verschwunden. Abrakadabra. Und Amerika sitzt nun in der Patsche mit diesen irren Schulden und das Volk soll es zurückzahlen. Was ja niemals funktionieren wird, weil vorher die amerikanische Wirtschaft zusammenbrechen wird. Ja, Digga, Steuern ist sowieso auch nochmal so ein Thema, ne? Eigentlich müssten wir uns mal ein Video zu Steuern reinziehen. Steuern ist auch nochmal so ein Thema, ist eigentlich multikriminell, ne? So. Was die mit unseren Steuergeldern machen und wir müssen das dann wieder irgendwie ausgleichen dann, weißt du? Der Bürger muss dann bezahlen, ist krass. Aber genau das soll sie ja. Warum sollte jemand, dem wirklich das amerikanische Volk am Herzen liegt, diese Irrsinnssummen nach allen Richtungen hin ausschütten, während viele Amerikaner in Zeltstätten leben? Weil dieses eben immer weiter die amerikanische Wirtschaft zerstört. Und genau das will man. Oder etwas anderes. Wenn diese Menschen in den Zeltstätten leben, wenn so viele Menschen unter ganz fürchterlichen finanziellen Bedingungen leben, unglaublich, viele von ihnen haben ihre Häuser verloren. Warum sollte unter diesen Verhältnissen die amerikanische Regierung die Summe von einer Billion Dollar im Jahr mit allen versteckten Kommen? Wenn es wenigstens in uns investiert werden würde, alles gut. Aber das paar Millionen, da paar Millionen, da paar Milliarden, da. Ja, das ist krass. Und man verkauft es uns, aber ja, das nutzen wir für den Straßenausbau und für Dinge, die für euch gut sind und so. Deswegen blecht mal. Aber wenn du dir mal reinziehst, also man kann sich das ja auch offiziell irgendwie reinziehen, ne? Wie die Steuergelder teilweise verwendet werden. Und da sind halt echt ganz crazy Sachen mit dabei. Wo man sich denkt so, hä? Für das Militär ausgeben, um Zivilisten zu bombardieren in allen Teilen der Welt. Warum sollte man das tun? Antwort, weil das amerikanische Militär eben nicht das amerikanische Militär ist. Es dient nicht den amerikanischen Interessen. Ganz definitiv nicht. Wenn mehr als eine Billion Dollar jedes Jahr dorthin geht. Es ist das Militär dieses geheimen Netzwerkes. Und dieses Militär wird eben kontrolliert durch die amerikanische Regierung, die wiederum kontrolliert wird durch dieses geheime Netzwerk. Und das ist eben der Grund, warum Bush Krieg führt. Und dann kommt Obama, der sogenannte Friedenskandidat. Und er führt ebenfalls Krieg im Ausland auf genau dieselbe Weise wie Bush vorher. Das, was geschieht, ist eben, dass das amerikanische Militär benutzt wird, um den Plan dieses geheimen Netzwerkes im Mittleren Osten, in Afrika und anderen Teilen der Welt durchzusetzen. Einer sagt, ich muss gar nichts. Viri sagt, Wasser sollte kostenlos sein. Digga, einfach Siri ist angegangen, bro. Wegen was nochmal? Ah, weil ich Viri gesagt habe. Yo, auf jeden Fall sollte Wasser auf jeden Fall hundertprozentig eigentlich for free sein. Sogar Energie sollte for free sein. Das Krasse dabei ist, es könnte ja sogar for free sein. Viele von diesen Knappheiten und von diesen Sachen, die die uns suggerieren und wo die uns sagen, dafür müsst ihr blechen und so. Wir müssten eigentlich gar nicht dafür blechen. Das machen die nur, damit wir in so einem Abhängigkeitsverhältnis, in dieser Sklaverei weiter drin bleiben. So, weißt du. Und es ist halt schon abgefuckt auf jeden Fall. Und zu dem anderen Thema, mit dem ich muss gar nichts. Ja, muss nichts außer sterben. So gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber du musst halt mit Konsequenzen rechnen. Wenn du keine Steuern in Deutschland bezahlst, bro. Viel Spaß. Viel Spaß, Digi. Diesen Plan, den dieses geheime Netzwerk schon seit so langer Zeit verfolgt. Wir müssen zu diesem Punkt kommen, zu verstehen, dass Amerika ein Einparteienstaat ist, dass Großbritannien ein Einparteienstaat ist und so weiter und so weiter. Und mehr noch, im Endeffekt leben wir auch global in einem Einparteienstaat. Es ist absolut lebensnotwendig, dass wir dieses verstehen, dass Politik nicht die Antwort ist und dass die Politik in der heutigen Form niemals die Antwort sein wird. Facts, Bro. Jetzt gerade spittet der nochmal hier am Ende. Wir müssen es tun. Wir, das Volk, müssen es tun. Denn die Politiker müssen genau das Gegenteil von dem tun, was gut für die Menschen ist. Meine Worte, Freunde. Vielen Dank fürs Zuhören. I love you, Bro. David Icke ist geil, Bruder. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, Freunde. Manchmal, wenn ich David Icke antese und so, dann kommen die Leute und sagen, nein, Bruder, der ist so, der hat Psychose, der ist dies, der ist das. Mal Hand aufs Herz jetzt. Wo er recht hat, hat er recht, oder nicht? So die Quintessenz von dem Video, die stimmt einfach, also für mich persönlich. Bruder, denn seine Stimme ist geil, aber ich lasse nochmal zu Ende laufen, diese Englischfilme, weil ich mag seine Stimme auch. Kabal-State. It is absolutely vital, that we understand this and realize that politics is not the answer. In its present form will never be the answer to what is going on. We have to do it. We, the people, have to do it. So. Because politicians are there to do the very opposite of what's good for people. Thanks for listening. Bester Mann, ja. Shoutouts gehen raus. David Icke. So, liebe Freunde, was sagt ihr? Chat. Einzelne Chat, wenn ihr es nice fandet. YouTube. Eure Gedanken wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Muchas gracias. Dankeschön fürs Einschalten. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.